Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wo Öffentlichkeitsbeteiligung draufsteht, sollte auch Öffentlichkeitsbeteiligung drin sein. Doch die rot-schwarze Landesregierung bietet unseren Bürgerinnen und Bürgern den gleichen Etikettenschwindel an, wie es die schwarz-gelbe Bundesregierung zuvor auf Bundesebene gemacht hat. Ich komme gleich auf das Problem der Konkordanzgesetzgebung zurück. Es gibt da auch Möglichkeiten, davon abzuweichen. Der vorliegende Gesetzentwurf soll die drei Bundesgesetze mehr oder weniger 1 zu 1 in Landesrecht überführen, und zwar ohne, dass die Kritik der Sachverständigen aus den Anhörungen des Deutschen Bundestags berücksichtigt wird. Bei den drei Bundesgesetzen handelt es sich erstens um das Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren, zweitens um das Gesetz zur Regelung von DE-Mail-Diensten und drittens um das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung. Zunächst also zum Gesetz mit dem wohlklingenden Namen Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung. Darin soll angeblich eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung sichergestellt werden. Diese soll laut Gesetzesbegründung in einer möglichst frühen Phase der Planung von Großvorhaben stattfinden und dadurch die Transparenz von Entscheidungsprozessen verbessern und Konflikte vermeiden helfen. Das hört sich alles gut an. Das sind wohlklingende Worte, meine Damen und Herren. Aber um diese Ziele auch wirklich zu erreichen, ist die neue Regelung nach Ansicht der Fraktion Bündnis 90 die Grünen unzureichend und zwar unzureichend, weil viel zu weich gespült. Ich lese Ihnen einmal den wortgleichen neuen § 25 Absatz 3 des Bundes und des Landes einmal vor. Zitat Anfang. Die Behörde wirkt darauf hin, dass der Träger bei der Planung von Vorhaben, die nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Belange einer größeren Zahl von Dritten haben können, die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig über die Ziele des Vorhabens, die Mittel es zu verwirklichen und die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens unterrichtet. Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung. Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung soll möglichst bereits Vorstellung eines Antrags stattfinden. Der betroffenen Öffentlichkeit soll Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung gegeben werden. Das Ergebnis der vor Antragstellung durchgeführten Öffentlichkeitsbeteiligung soll der betroffenen Öffentlichkeit und der Behörde spätestens mit der Antragstellung im Übrigen unverzüglich mitgeteilt werden. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, fällt es Ihnen auch auf, dass Bundes wie Landesregierung im Gesetzgebungsverfahren nicht wie Asterix in ein Fass voll Zaubertrank, sondern offensichtlich in ein Fass voll Weichspüler gefallen sind? Bei der CDU erstaunt mich das wenig. Erstaunt bin ich nur über die SPD, die sich noch kürzlich auf Bundesebene energisch gegen diese Wischiwaschi-Formulierungen engagiert hat. Eine Regierungsbildung im Bund später hat die SPD dann ihre hehren Ziele offensichtlich aus den Augen verloren. Denn sonst würde dieser Gesetzentwurf heute hier nicht im Landtag vorliegen. Meine Damen und Herren, der Vorsitzende Richter am Bundesverwaltungsgericht, das ist also nicht irgendwer, also der Vorsitzende Richter des Bundesverwaltungsgerichtes, Ulf Domgergen, trug in der Sachverständigenanhörung des Deutschen Bundestages zu dieser Vorschrift vor, dass diese weit hinter den Erwartungen zurückbleibe, die Politiker auf dem Höhepunkt des Bürgerprotestes um das Projekt Stuttgart 21 geweckt hätten. Ich zitiere ihn einmal. Zitat Anfang. Damals hieß es, man wolle aus dem Protest die Lehre ziehen, Zulassungsverfahren für Großprojekte so auszugestalten, dass die Bürger mitgenommen würden, indem sie früher und besser an der Entscheidungspfindung beteiligt würden. Angesichts solcher Ankündigungen erscheint § 25 Absatz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz als denkbar kleinste, unverbindliche und flexible Regelung, als möglichst schadlose Soft- und Minimallösung, mit der das Thema in Reaktion auf die erwähnten Proteste abgearbeitet ist. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, also deutlicher und enttäuschter kann sich ein Vorsitzender eines Bundesgerichtes nicht äußern. Insbesondere wird seiner Meinung nach keine unmittelbare Pflicht des Vorhabenträgers, die Öffentlichkeit frühzeitig zu unterrichten, eingeführt, sondern nur eine Pflicht der zuständigen Behörde, auf eine frühzeitige Information der Öffentlichkeit hinzuwirken. Diese Hinwirkungspflicht ist wohl die denkbar schwächste Handlungsanweisung, die man sich für ein Behördenhandeln vorstellen könne, so der Vorsitzende Richter. Eine Sanktion bei einem Verstoß gegen die Hinwirkungspflicht, erst recht beim Unterbleiben der frühzeitigen Öffentlichkeitsunterrichtung, ist nicht vorgesehen. Verstöße bleiben also ohne rechtliche Konsequenzen. Das alles sagt Ulf Domgergen, Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht. Die entsprechenden Änderungsanträge der SPD im Bundestag und des Landes Baden-Württemberg im Bundesrat fanden leider keine Mehrheit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wer auf ein Gesetz vorne auf den Aktendeckel Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung schreibt, der sollte dann unter dem wohlklingenden Aktendeckel nicht implodieren. Bisher ist dieses Gesetz aus unserer Sicht ein reiner Etikettenschwindel. Kommen wir zum Gesetz zur Regelung von DE-Mail-Diensten. Durch dieses Gesetz soll der rechtliche Rahmen geschaffen werden, der zur Einführung vertrauenswürdiger DE-Mail-Dienste im Internet benötigt wird. Die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Verwaltung soll mittels DE-Mail sicher und rechtsverbindlich erfolgen können. Nach Ansicht meiner Fraktion sind die Grundanliegen des DE-Mail-Gesetzes auf jeden Fall unterstützenswert. Die konkrete Ausgestaltung stieß aber bei Datenschutzbeauftragten und Zivilgesellschaft auf massive Kritik. Insbesondere fehlt momentan für die DE-Mail eine Pflicht zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Außerdem gibt es momentan im Gesetzentwurf eine nicht nachvollziehbare Beweislastumkehr für den Fehlschlag des Zugangs von DE-Mail-Nachrichten. Diese Beweislastumkehr benachteiligt Bürgerinnen und Bürger, die in Zukunft bereitwillig auf das DE-Mail-Verfahren umstellen, gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, die weiterhin die altgediente Briefpost nutzen. Stefan Brink, Leiter der Abteilung privater Datenschutz beim Landesbeauftragten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz, stellte in der Sachverständigenanhörung im Innenhausschuss des Deutschen Bundestages fest, dass der Nachweis des Fehlschlags des Zugangs nunmehr komplett dem Nutzer aufgebürdet werde. Eine dem Gesetzentwurf entsprechende Regelung gibt es für den Empfang von Briefpost bisher nicht. Vielleicht behalten Sie im Hinterkopf das Prinzip des Einschreibens mal. Ich komme gleich darauf zurück. Daraus ergeben sich für den Nutzer von DE-Mail-Diensten gegenüber dem Empfang von Briefpost erhebliche Nachteile. In dieser Hinsicht müsste man allen Bürgerinnen und Bürgern raten, darauf zu bestehen, dass ihnen statt DE-Mails lieber weiterhin Briefe aus der Amtsstube zugesendet werden. Denn andernfalls gehen sie einen rechtlichen Nachteil ein. Im Streitfall, ob die Mail beim Bürger überhaupt angekommen ist, muss das in Zukunft der Bürger nachweisen. Anstatt wie bisher im Zweifelsfall der Absender nachweisen musste, ob der Brief beim Empfänger überhaupt angekommen ist. Hinter diesem bewährten Prinzip steckt ja das Einschreiben. Da weiß der Absender, dass das Schreiben beim Empfänger angekommen ist und muss es dann auch entsprechend nachweisen, weil er dann eine entsprechende Quittung in der Hand hat. Ein solches dem E-Mail-Gesetz brauchen wir, meine Damen und Herren, nicht, weil es nicht gut für die Bürgerinnen und Bürger ist. Ich komme zum Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung. Ziel dieses Gesetzes ist es, durch den Abbau bundesrechtlicher Hindernisse die elektronische Kommunikation mit der Verwaltung zu erleichtern. Das Gesetz soll Bund, Ländern und Kommunen ermöglichen, einfachere, nutzerfreundlichere und effizientere elektronische Verwaltungsdienste anzubieten. Meine Fraktion teilt auch hier die grundlegende Intention dieses Gesetzes. Allerdings bringt die Digitalisierung auch von Verwaltungsvorgängen enorme Risiken mit sich, wie wir spätestens seit der NSA-Affäre wissen. Diese Risiken müssen wir kennen und dann möglichst klein halten. Aber das gelingt dem vorliegenden Gesetz nicht. Ermöglicht wird dort unter anderem die Ersetzung der Schriftform durch die elektronische Form und zwar zum einen durch die Versendung einer DE-Mail-Nachricht und zum anderen durch die unmittelbare Abgabe einer Erklärung in einem elektronischen Formular, das von der Behörde in einem Eingabegerät oder über öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung gestellt wird. In der Sachverständigenanhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestags zu dem Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung monierte unser Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herr Reinhard Dankert, dass die DE-Mail keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der übermittelten Nachrichten biete. Ich zitiere ihn. Zwischen Nutzern und DE-Mail-Dienstanbietern findet somit lediglich eine Transportverschlüsselung statt. Die Dienstanbieter haben jederzeit Zugriff auf die zur Entschlüsselung nötigen Schlüssel und somit die E-Mails zumindest kurzfristig zu entschlüsseln. Das E-Government-Gesetz soll aber ausdrücklich Verfahren der Steuerverwaltung und der Sozialversicherung unterstützen. Insbesondere in diesen Bereichen sind Nachrichten mit hohem und sehr hohem Schutzbedarf in der Vertraulichkeit nicht selten. In diesen Anwendungsfällen ist der Einsatz von Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsverfahren angezeigt, weil sie die Kenntnisnahme von Nachrichteninhalten bei den DE-Mail-Providern technisch ausschließt. Zitat Ende von unserem Herrn Dankert. Ich will das Problem nochmals in anderen Worten kurz zusammenfassen. Hochsensible Daten der Steuerverwaltung und der Sozialversicherung sollen in Zukunft per DE-Mail versendet werden. Dieses Format stellt aber nicht sicher, dass nur Absender und Empfänger die Inhalte lesen können, sondern es findet nur eine Verschlüsselung bis zum DE-Mail-Provider-Anbieter statt. Das heißt, DE-Mail-Anbieter wie gmx, web.de oder die Telekom können diese Daten lesen, weil keine durchgängige Verschlüsselung stattfindet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sollten wenigstens auf die berufenen Sachverständigen aus dem eigenen Land hören und nach denen gibt es an diesen Gesetzen noch viel zu tun. Die Landesregierung sollte sich nicht hinter dem Etikettenschwindel der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung verstecken. Wir Grüne sehen also erheblichen Nachbesserungsbedarf. Dabei darf uns auch die sogenannte Konkordanzgesetzgebung, die aus dem Jahr 1976 stand, nicht abschrecken. Juristisch notwendig ist die Einheitlichkeit der Verwaltungsverfahrensgesetze von Bund und Ländern nämlich nicht. Sie ist zwar wünschenswert, sie ist aber nicht notwendig. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, die einerseits eine einheitliche Gesetzgebung wahren, andererseits unterschiedliche Wege bei der Öffentlichkeitsbeteiligung in Land und Bund ermöglichen. Wir können also die Konkordanzgesetzgebung wahren. Es gibt aber andere Möglichkeiten. Das Land Baden-Württemberg zum Beispiel hat sich hinsichtlich einer besseren Öffentlichkeitsbeteiligung entschieden, mit einer Verwaltungsvorschrift in Kombination mit einem Planungsleitfaden zu operieren. Warum machen wir so etwas nicht? Das ist doch ein interessanter Vorschlag. Solche Wege wollen wir mit Ihnen, meine Damen und Herren, in den Ausschüssen ausloten. Ich bitte hier um Ihre Kooperationsbereitschaft und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.